So, halli, hallo, hallöchen. Hier ist wieder euer Korax. Heute mal mit dem Spiel Raft. Das hat mir mein Bruder gerade eben erst geschrieben. Ich soll das mal mit dir anspielen. Ein bis zwei Stunden Stream-Set, wenn wir schon reinkriegen. Ich habe mir das Video mal angeguckt, ein bisschen davon. Es sah mir ein bisschen langweilig aus, weil man baut halt da das Floß. Wenn er wieder greift so ein Ei an, dann baut halt einfach ein Floß. Weiß nicht, einfach so ein Floß. Ja, deswegen dachte ich, das geht jetzt nicht so, aber er hat mich halt überzeugt, dass ich jetzt ein bis zwei Stunden mal das Spiel anspiele, um mal zu gucken, ist es wirklich was oder ist es einfach nur Müllkacke, weiß ich nicht. Wir sind in der Version 1.04, kann man kostenlos runterladen auf der Original-Website von denen. Ja, dann wollen wir einfach mal anfangen hier, oder? Great new game. Also Musik gibt es hier irgendwie noch nicht. Also ich höre zumindest mal nichts. Enter a name for your game. Korax. Untergang. Ach nein. Der Untergang. Untergang 1. Nein, geht auch nicht. Reicht gerade für Untergang. Runtergang 1. Nein. Also Zahlen darf man nicht nehmen. Untergang. Untergang. Nehmen wir es einfach Untergang. So. Kreatö. Raft. So. Also. Wir haben hier ein. Oh. Zweimal zweifelos. Seht ihr irgendwo um nirgendwo? Unten rechts würden wir uns anzeigen. Hier trinken, essen und leben. Auf 1.2 mal irgendwie so einen Enterhaken. Ah. Etappes Menü. Ne Axt. Ne Axt can be used to chop down trees and the raft itself. Feuer auflosen. So Sachen. Dann ne Angel. Fische zu sammeln. Feuer bei Holz und Seil. Also es ist einfach nur Crafting. Ich hab selbst noch nichts. Man kann hier so ziemlich viel machen. Okay. Ah. Da fliegen jetzt. Ich sparen mir Sachen vorbei. Muss ich hier irgendwie so anziehen. Hab ich hier ein Blank ein Dings. Nein. Bleib da. Hau nicht ab. Ah. Habs. Gut. Was ist das? Scrap. Ah. Metall. Okay. Uh. Hier schminkt ja eigentlich nichts vorbei. Oh. Holz auf jeden Fall noch. So. Das läuft durch hier. Scrap. Kommen wir dran. Ja. Dahinde. Verdammt. Nur ein Holz. So. Ein Holz. Nein. Vorbei. Okay. Hier treibt nochmal einiges an Holz rum. Dankeschön. Wir teilen ihn auch noch mit. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas schon bauen können. Na okay. Schaff er nicht. Also. Was haben wir? Was kann man hier bauen alles? Also ich würde erst sagen, wir müssen uns um Essen kümmern und trinken. Was ist das? Ein Hook. Ah. Das haben wir ja schon. Jetzt eins haben wir, was hier vorbeischwimmt. Bleib da. So. Okay. Beim Haus gibt es eine Kiste. Eine Kochstation. Wasser. Propuls. Saltwasser into drinkable. Also ich brauche ein Seil. Ich muss ja Wasser herstellen können. Wie macht man ein Seil? Da. Craft. Wo war das jetzt? Craft. Nee. Ein Metall fehlt. Hm. Gut. Da war ein Fass. Nein. Hier fällt vielleicht schon ein Fässer vorbei. Ich brauche Metall. Mittendrin. Mittendrin. Jawohl. Also jetzt können wir den Wasserreipfüller bauen. Ich habe jetzt auf der 4. Und dann können wir uns hier irgendwo hin bauen. Mit R rotiert man. Aha. Hier schreibt mir die ganze Zeit jemand. Oh nein. Ich bin noch mitten im Bauen. André. Ja war ja klar. Mit B kannst du. Jetzt kommen hier auch Tipps. Mit B kommst du ins Bauen. Mit dem Haken kannst du Treibfüller fangen. Ich weiß. Da kann man den Sperr abgehen. Hallo. Das was du mir gerade hier erklärst. Das habe ich alles in dem Vorzeigvideo gesehen. Also. Da brauchst du mir keine Tipps geben. Wie läuft das hier jetzt mit dem Wasserreipfüller? Hallo? Aber ich hätte schon Durst. Ich war jetzt auch irgendwie in einem Eimer. Purpose saltwater into drinkable water. To plant your seeds. As enough space to count one tube of tree. Used to catch items that's floating. Ah das sind die Teile. Ah ok. Also hier. Rope. Empty tin can. Ah ok. Eine Kanne. Ich muss mich fühlen, dass ich da komme. Hey will ich Schläge. Kann ich sonst auch noch schlagen oder? Ok ok. Es wird hier langsam eng. Oh den Hammer. Ah da brauche ich noch Metall. Es wird langsam eng hier. Da schwimmt noch was. Fang es. So ein Hammer. Da kommen wir ins Baumenü. Er kommt auf Nummer 3. Er 2. Foundation. Er rotate. Da kann ich jetzt aussehen was ich bauen will. Aber die Führung ist ein bisschen kompliziert. Bleibt da. Ist alles meins. Holz. Holz komm her. Gut 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 gut. Gut 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 gut. Sei brav. Okay wir brauchen noch mehr von diesen. Ups. Oh ich verdurste. Da wohnt noch ein Metall. Keine Kraft. Geh für Wasser. Wochen. Wer braucht das? Wer braucht das? Neuuuun. Wir werden alle sterben. Das Wasser kocht gerade. Wart doch mal. Kommt zu mir. Fertig? Jetzt. Hm. Trinkbares Wasser. Das macht ja nicht arg viel. Wird da mehrere hinstellen? Ich hab gar kein Metall. Okay. Äh. Hammer. Ja. Ich werde hier irgendwie angeschrieben. Hat der Kollege hier kein Twitch-Account, das er mir im Chat schreiben kann. Wäre netter. Ich glaube jetzt kein Holz mehr. Doch. Kacke. Oh, da kommt Fässer. Wuuuuh. Oh, Kartoffel. Aha. Voll durchgezogen ey. Was ist sowas von? Holz und Metall nehmen wir alles mit. Kommt her, ihr Planken. Kommt her, ihr Planken. Ciao wieder. Ciao wieder. Bringt es, was mal zwei Dosen hat? Ah, ich bin überfordert. Ah, ich bin überfordert. Ein Rope. Ich habe einfach nichts mehr. So, wir haben eine Angel. Ah, ich bin überfordert. Ah, ich bin überfordert. Ah, ich bin überfordert. Stopp. Wird, wird. Fuzzy. Hier verfängt sich das ganze Zeug. Kann man nicht abhauen. An den beiden noch einsammeln. So. Eine rohe Makrele. Aha. Oh. Oh. Das war nicht weit geworfen. Zip. Der Grill kommt da hin. Wo ist der Fisch? Da. Der Fisch. Kochen. Denken. Brüllen. Kochen. So. Hammer. Sicher. Nütze. Da ist der Spür. Oh, Metall fehlt. Läuft. Läuft. Oh. Läuft. Und da hin. So, falls jetzt der Heidehau kommt, kann ich ein Abfeld abwerfen. Ja. So. 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 Okay. Okay. Jetzt mal angeln. Böse Hai, wurden weg da, trinken, trillen, bochen, füllt nach. Ok, also jetzt möchte ich mir Fischernetze, brauche ich so Seile. Ich habe mir so Seile. Kraft. Kraft. Zu weit. Komm, 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 komm. Immer her damit, immer her damit. Jetzt muss ich essen. Kochen, füllen. So, achso, füllt doch, wir kochen. Ja, ok. Ok. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Kartoffeln. 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 Okay, Kartoffeln gehen da nicht einzupflanzen. Uh, fast. Hey, was will denn der? Herr André Deutsch kann man super schreiben. Ich brauche nur einen Account machen. Ja. Okay. So. Da wächst was. Ich hab keinen Fisch mehr. Ah, der Hall. Ey, die Schelz Angel hat mich jetzt geblockt. Naja. Sind die Pflanzen halt weg. Ah, der blöde Fisch. Das Spiel muss man echt lauter machen. Kriegt man sonst nix mit? Oh. 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 Okay. So. Jetzt haben wir so basic Sachen hier. Oh. 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 Dann tun wir auch noch ein paar davon craften. Ne, bin ich gleich da oben, aber hier nicht. Da gibt es ja nichts zu reparieren. Da, hallo, ich da oben. Da, hallo. Da, hallo. Da, hallo. Ich habe den Bödenfisch gegessen. Einmal bringt es mich nicht um. Jetzt haben wir hier so ein Auffangsystem. Hier ein bisschen große Hai. Da, hallo, ich habe den Bödenfisch. Ich habe den Bödenfisch. Ich habe den Bödenfisch. Da, hallo, das muss es reichen. Da, da, da. Da hat die Kartoffel bitte rein, dankeschön. Um die zu schützen, muss ich jetzt eigentlich außen rum. Einmal außen rum. Fondations machen, dass er die nicht direkt angreifen kann. Pöse, pöse Hai. Hallo, hallo, hallo. Äh, jo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Boah, hallo, hallo, hallo. Wie kochen war, wessen kommt dahin. Vielen dank für Speise und Trank. Ah, jetzt darf ich wieder hinfahren. Aha, okay. Hei kommt! Ja, ja, ja. Reparieren. Okay. Jetzt wollen wir hier noch ein Netz hinbauen. So, dann haben wir schon die Seite, wo wir alles einsammeln. Oh, Kartoffel. Gambi guckt. Ich wollte nicht mal angeln. Okay, ist richtig. Immer her mit dem ganzen Zeug. Müssen wir mal eine Kiste bauen. Ah, das ganze Metall da rein. Palmsamen. Okay, okay. Okay, insammeln. Immer werden die Pflanzen gebraucht. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Oh, einseiten. Wall window. Wall, wall, yes. Pflanze, foundation. What the hell? Wie groß ist das? junge 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 ja wo schon hier was Ja, das ist eigentlich doch. Da ist kein Daffel-Daffel-Braten. Daffel-Braten, alles klar. Okay, okay. Funktioniert. Okay, geht auch. Ab, wir haben es angespült hier. Oh, ein paar Robes. Es war auch schon wieder. Wow, der Hei ist da, der Hei ist da. Der Hei ist da. Der Hei ist da. Der Hei ist da. Okay, haben wir da heute. Der Hei ist da. 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 Der Kartoffel ist noch nicht fertiggepacken. Da schwimmt wieder was drin. Holz fehlt mir. Oh, okay. Oh, okay. Das sind die Baums. Hat hier aber nicht viel Erinnerung gemacht, oder? Was kommt da rein? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Da wächst ein Baum. Oh, okay. Tappen, tappen, tappen. Läuft auch. Total ohne Ende. Kann man doch mehr abpflanzen. Wir werden angeschissen. Wir werden angeschissen. Gute Sätze wahrscheinlich. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, 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 okay. Leere Dosen. Dann bauen wir mal hier weiter. Oh. Oh, da wollen wir vorbeikommen. Oh, da brauchen wir Robes. Oh, das wechselt ganz schön schnell. Oh, ein neuer Hai schwimmt rum. Nehmen wir mal her bei den Seilen. Ängelbräge nicht mehr. Okay. Hier fährt Holz. Schaut hier irgendwo Holz rum? Nein. Da kommt eine Leve von Holz. Damit es Söhne aussieht. zieht es unter den Seilen aus. Noch mehr Holz? Nein. Nein, oder? değil Junge. Der Trepp war schumm, 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 schumm. Komm herrrr. Ah, ein Holzfeld. hört auf an mir vorbeizuschwimmen und mit fenster über den angriffen ich hoffe, dass ich den Ripper rütt oh du holz alle verbarer die axt und noch kokosnüsse oder pflanzen wir gleich noch aus einer kille wir hatten kokosnüsse, wir hatten kokosnüsse, wir hatten kokosnüsse geklaut da plus weg 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 alles meins da plus weg da plus weg komm zu mir bleib weg was ist das uuuuuh Holzparty holztrap links vorbei hey machen die doch mit absicht oh ich hab's also wir wollten jetzt mit dem haus bauen bauen ja hei greift ran hei greift ran mal herr du Holz oh da kommen die Samen noch hin weg uuuuh uuuh 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 Oh, da kommen fette Liefer im Holz. Noch mal zu Fangen dazu frei. Oh, hier hab du hast. Okay. Bochen. Bochen. Mega ist untenrum noch. Ready bauen. Ein Schutzrand. Dass wenn er nachher angreift, dass ich noch ein bisschen Zeit hab, bevor er hier meine Pfeile und so abreißt. Da-da-da-da-da da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da. Wuhu! Halle, kitty! Hi! Was ist da innen, was das aus ist? So, ich verstehe, ok. Upp, Baum ist gewachsen. Korkusnüsse, mit denen ich trinken kann, Essen geht auch hoch, coole Sache. Muss ich euch zeigen, dann muss ich gleich noch einbauen, wenn ich mich davon was noch ernährt. Dafür fehlt es auch noch zwei Haltz. Oh, hi Grafron, ich habe echt gehört. Vorne links muss ich da auch noch irgendwo überhören Ich habe hier alles, okay Okidoki Oh, fehlt ein bisschen Holz Oh, da schwimmt Holz vorbei So, drei Stück werden wohl reichen, oder? Ja Ok Oh, ich habe gar nichts mehr Oh, Löffel Ok Einmal Ausungsschutz Nehmen wir noch das Holz hier mit Die ist ausgewachsen Das abhauen Unglaublich Das ist die vierte Wer hat die Gaukosnuss Wer hat die Gaukosnuss Wer hat die Gaukosnuss Wer hat die Gaukosnuss geklaut Also gut Ich glaube das läuft hier Ich glaube das läuft hier Schauen wir es mal hier oben in unser Häuschen Der Holz schwimmt hier vorbei Aber wenn ich jetzt eins breiter machen würde Das würde nichts bringen Das würde nichts bringen Weil dann stimmt alles trotzdem vorbei Also Fenster mit Window Spenzen Zip Super Ich darf drauf und das wars dann, oder? So, dann hab ich alles in dem Spiel gemacht. Hei kommt. Oh Gott, ich komme sehen Hei. Warte, alles auch wieder. Also von den Bäumen hier kannst du nicht leben, Hei. Okay, okay, okay. Also eigentlich eine Spielzeit haben wir jetzt. Jihaa. Moment mal kurz. Dashboard aufrufen. Das ist ja doof. Ich is ja doof. Heihei, was machst du dahin? Eine Kokosnüsse. Ach, da sind wir vier. Also ich kann hier von Kokosnüsse jetzt leben. Pfff. Kann man hier irgendwas auch wieder upreißen? Da geht es nicht. Ja, den Boden. Ich will das hier abreißen. Aber den Wohnabkreis fällt es ja runter. Kann ich so. Hallo. Aufgeräumt. Das Meer übernimmt alles für mich. Ich. Meine Bäume sind meine Freunde. Warte. 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 Dreck hier ist eingespielt wird hier. Bitte. Warte. Warte mal auf vier. Weggeschwommen. Ja, die ist auch soweit. Wir werden angegriffen. Oh, wir werden angegriffen. Dööse Hai. Oh, es gibt wieder Haifleisch. Möchtet jemand Haifleisch? Blub, 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 blub. Oh. Ich bin voll, 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 voll. Kiste. Ja, Metall, Metall. Noch eine Kiste. Okay. Zehn ab der Parkmitte ist aber anscheinend behalten. Warten wir mal das Fleisch hier rein. Wasser. Nix. Fleisch müssen wir noch grillen. Da haben wir einen Kartoffeln. Okay, bauen wir uns hier auch mal eine Grillstation. Was gibt's hier so? Wo ist der Hai? Nein. Was gibt's hier so? Wo ist der Hai? Da runter, dahin. Zwei Grillstationen reichen doch. Nutze ich eigentlich eh nicht. Warum die Wasserstation nutze ich überhaupt nicht? Was gibt's hier? Der Roof. Der Roof. Der Roof ist on fire. Der Floor. Der Roof ist on fire. Aber jetzt muss man es als Stützen bauen. Wird doof aus hier oben Stützen zu bauen. Doch. kein holz die palm ist voll auch voll auf kopf bekommen wieder ein abgehauen dann 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 kocken drücken dem eck musste ein hin er muss ja eine stange hin wir werden angriffen da ist heile so jetzt habe ich spiel durchspiel oder wie holz und dringend verteidigen irgendwie will der nicht nur den baum auch nicht ja das war's dann wohl ich habe alles gebaut was man so bauen kann ja wende decke reparieren foundation da haben wir alles gebaut da haben wir alles da haben wir alles ja also leute schaut dass ihr bäume produziert und ihr habt ohne ende alles ich höre das ist eine große insel große floßbäume nur mit bäumen oder was ich auch noch auf jeden fall war es das hier gibt nichts mehr neues zu bauen ich habe alles gebaut ich habe keine probleme so dann war es das das ist also mein floß ein kleines floß ist das ja ja das fassen wir noch mit ja dann höre ich hier auf das ist mein kleines weiteres spiel macht keinen spaß mehr was soll ich jetzt hier so ein paar großes base bauen das bringt ja eh nix es bringt ja eh nix hu 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 dann sage ich mal danke fürs zuschauen und schauen wir uns jetzt als nächstes stream also dann danke schön ich hoffe euch heute gefallen was ich gemacht habe und ja äh folgt mir liked mich und äh was immer alles geht würde mich auf jeden Fall freuen vielen dank fürs zuschauen tschaui